So, liebe Freunde und Damen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zur 42. Folge von Yoshis Kvichu Little World, äh Wooly World, ihr wisst schon warum, ich hab ja auch Little World, keine Ahnung. Ähm, wir sind wieder hier in Folge 42, mein Internet ist übrigens immer noch aus. Wie meint der sich, ich vielleicht an Folge, ähm, welche war es? Ich glaub, es war 40, wo ich das erzählt hab. Ist es immer noch so. Aber, hey, scheiß da unten drauf, wir machen Schnappnaht, Gebirge, Level 6, 2 und gucken einfach mal, was das so bringt für uns. Geil. Einfach mal kicken, was uns da so erwartet. Rowling, Rowling, Rowling. Ah, da war der Ecke schon weg. Geht schon los. Oh, das geht nicht schnell. Oh, da kackt wieder mein Pflänzchen ein bisschen schiert aus. Na, 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 na. Die Blume schnur, Hubs, Wolle, Kugeln aus, Mann. Das ist ja mal total krank. Wie haben wir das, hm, das für ein Typ, Mann. Wollen wir abschießen? Lol. Ich hol mir lieber noch mal ne Wolle. Alle ist nämlich alle. Das ist ja strange. Man kann ihn festtackern mit der Wolle. Und wenn er sie wieder löst, dann ist alles geil. Hm, ob da unten irgendwas ist? Komisches Level. Sieht schon jetzt sehr seltsam aus. So, erst mal Herzen, Herzen, Neu. Nein, das ist abgestürzt, na toll. Ei, ne tolle Wurst. Da gibt's noch ne Zusatzplattform. Das find ich ja mal richtig, very good. Hier gibt's nen Stempel für mich. Ist doch geil. Äh, doch nicht? Lol, warum nicht? Warte, warum gibt's denn immer nen Stempel drinnen? Moment. Wow. Mal ganz kurz neu starten. Das Level freue ich mich. Sorry, dass ich jetzt hier gleich mal erstmal nen Selfkill mache. Aber ich möchte meinen... Komm, guck mal, alle hier. So. Ähm. Ach ja, stimmt, das war jetzt doof. Kann man testen, ob Dolphold ist. Aber ne, das wurde nicht. Und hochkomme ich nicht. Okay, jetzt muss ich noch warten. Nein, 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 nein. Ah, die kratzen ja. Ja, 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 mach mal, komm. Bams. In die Mitte. Meins. Krass. Übercool. Da ist wieder die Bonusplattform. Ist jetzt ja aber richtig. Boom, 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 boom. Ne, gibt keinen Stempel dafür. Okay, dann halt nicht aus irgendeinem Grund. Denn ist halt kein Dings da. Ist mir heu egal, ne? Ist mir da wurscht. Ist mir einfach total wumpe. Ich will mal testen, ob das hier aus Mario funktioniert. Wenn ich direkt davor stehe, schießt der immer noch. Ja, doch, mach da. So, dich werde ich da gleich brauchen. Bleib da schon mal hängen. Hier ist noch ein Boni. Ne, ist kein Boni, okay. Heute mal nicht. Äh. Oh, joll. Nein, halt, stopp. Bleib da mal hängen. Ich brauche mal so eine Kanonenkugel. Und der muss ich früh springen und verkacken. Ach so, warte mal. So geht's auch. Ha, 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 ha. Haha, festgezackert. Ficke, wie cool. Ist doch was seltsam, ehrlich gesagt. Voll, he is strange. Was ist noch rum? Ha, Kackbettroffen, Mann. Aua, ey, die machen ja Damage. Was kriegt er ja nicht? Das ist ja gut wissen. Oh, das sollte reichen. Aha. Ist ja fies. Soll ich da jetzt schon winden? Ne, aber bleiben. So weit ist ja in der Regel ein Versteck. Eine Bonustür. Ich weiß ja nicht, ob ich es hier nicht wirklich weiter... Aber normalerweise sind diese Bonusröhren immer Bonusdinger gewesen. Deswegen kann ich mir denn anders vorstellen, dass das da wirklich nur ein Bonus drinne ist? Regenschirm-Schnupps-Yoshi. Boah, Schirm-Yoshi. Drücken wir den Schirm zu öffnen und zugleiten, okay. B, warte da. Wow. Aua. Das war gar nicht so cool. Hä, wie soll ich denn hier hochkommen? Äh. Lol. Wie fies ist das denn? Ich weiß nicht, wie ich nach oben komme, Freunde. Ich weiß nicht, wie ich nach oben komme. Wie soll denn das gehen? Hä? Verstehe ich nicht. Wie soll ich nach oben kommen? Ey, drückt doch schon A wie ein Bekloppter. Ach, wie drückt halten. Sag mir doch doch einer, ey. Das muss ich denn doch wissen. Ist ja krankend aus. Aber cool. Autsch. Nein, komm. Hä, läuft. Nein, das geht gar nicht. Jetzt ist das Kling. Ach, lol. Ist ja krank. Was ist denn das denn für eine Kacke? Verstehe ich mir. Hä? Was? Wie, wo? Ja, ich habe schon gemerkt, dass da unterschiedliche Windströme sind. So schlau war ich jetzt auch. Aber, hä? Ja, überspringen wir. Er ist ja krank. Das ist aber cool. Gefällt mir. Ui, swut, swut, swut. Wie doof, dass man sich selber nicht bewegt. Doch, man kann regulieren. Sich schneller oder langsamer machen, okay. Geht also wirklich. Werde mal versuchen. Weil du halt, äh... Man hat es gemerkt, ich wurde von den Munzern her getroffen. Den mir so, höh. Willst du das regulieren, wenn du schon gerade so auf dem Weg bist? Dann ist Kacke. Aber, man, wenn man natürlich nachregulieren kann, ist es natürlich einfacher. Wow. Hier zum Beispiel, oder hier einfach mal durchregulieren. Kacke, ich war nicht schnell genug. Alter, der sieht mit dem Würbel sieht ja geil aus. So halb 3D, wisst ihr? Ich muss sagen, der sieht fliegt geil. Achso, ich will übrigens mal gucken. Was habe ich denn zum Anfang? Ja, komm, wir springen. Ähm, naja. Ne, Yoshi, check mal. Ich habe zwei Stempel, okay. Okay, dann, äh, go. Machen wir mal ein bisschen Speedy Master hier. Ja, ist ja... Ist ja Bescheid. Ja, hier ist ein Stempel. Ja, hier mal ein bisschen langsamer. Ja, ist gut. Einfach mal durch. Manche von denen sind gar keine Stempel. Fährt mir auf. Oh, nein. Ich weiß nicht, ob das ein Stempel war. Aber ich glaube nicht, tatsächlich. Der war wieder einer. Der war ja vorher im Schimmkiner. Kannst du mir das nicht vorstellen. Nein. Okay. Mann, fuck you. Ist voll schwierig. Ist echt nicht einfach. Du musst echt schnell hinten sein, ne? Hast nicht viel Zeit für den ganzen Kack da auszuführen. Ne, ne, ne. Ist echt fucking fast. Muss man sagen. Fucking fast testisch. Aber der Trick ist einfach mal ab und zu zu landen. Damit spart man wohl viel, äh... Also man hat Moveability gegen den Wind, sag ich mal. Die hat man ja sonst nicht. Weil gegen den Wind anstecken als Schirm... Ihr kennt das vielleicht im Regenschirm... Äh, Quatsch. Den Regenschirm öffnen. Im Sturm. Ist ganz dumm, die Idee. Habt ihr das schon verloren. Könnte eigentlich sein lassen. So, jetzt gleich runter hier. Jetzt wieder hoch hier. Speeden, speeden, speeden. Das muss halt schnell gehen. Jetzt mal schnell langen hier. Geh mal durch. Komm, 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 go. Und dann hier mal ablanden und... Wieder hochfliegen. Yeah. Oh nein. Komm. Schneller. Neuun. Haben ein paar Frames hier fehlt, höchstens. Das ist aber wie cool. Wie fällt mir das Bonuslevel hier? Jetzt hängen wir jetzt halt nur an diesem Bonusdingelchen. Aber das ist gar nicht so einfach. Muss ich zugeben. Der Paar ist jetzt schon bei... Bei acht Minuten. Ich will noch eine längere Folge. Aber ich will natürlich auch alles mitnehmen. Ist ja keine Frage. Aber ich denke mal, wird so genau wie in jedem Bonuslevel so fünf Stempel geben. Der Haken ist aber schon mal fünf Einheit. Das ist jetzt schon mal ein gutes Symbol. Es sind immer nur ein Viertel aller Stempel, ne? Darfst du nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, Taktik ist jetzt klar. Ne. Komm. Den nehm ich jetzt auch noch mit. Ist ja gleich hier ein Timer Reset dabei. So, jetzt hier hinein landen. Landen und fliegen. Komm, go, 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 go. Eigentlich ist das Geld voll egal, ne? Eigentlich muss ich ein Position schaffen. Und dann hier gleich mitfliegen. Komm, go, go, go. Jawohl. Nice one. Und? Ja, sieben Stempel. Sieht gut aus, denke ich. Oh, war knapp. So, erst mal frische Eier hier. Da brauche ich halt ne gute Ladung. Das ist ja nicht ganz rechts. Da ist der Ausgang für die Tür. Okay. So, hier gleich wieder Eier. Also es gibt ja natürlich auch vier Eierspender. Natürlich muss es ja auch geben, sonst kann man die Dinger nicht nutzen. Deswegen ganz logisch, dass die Kugel-Wilis hier deine besten Freunde sind. Amper hat sie so drücken immer an. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ist hier was? Hm. Also, sorry, aber da unten ist definitiv was, ne? Erkennt doch ein Blinder mit dem Krückstand, dass hier eine unsichtbare Plattform drin ist. Das ist aber offensichtlich. Ähm, so da oben würde ich sagen, komme ich entweder nur so rein. Ja, okay. Okay. So, das ist ein Stempel. Dann nehmen wir mal jetzt Munition mit. Munition ist hier ja Gold wert. Und hier ist keine Wolke mehr. Okay, weiter geht's. So, wir sollten eigentlich ganz gut ausgerüstet sein. Ja, zwei Blumen in der... Also, wir haben die Übers, wir Stempel natürlich schon. Keine Frage. Safe Point. Warte mal. Ich hab so einen Verdacht. Warte mal. Nee, da oben ist es nicht okay. Hier unten vielleicht irgendwo. Warum ist die Fläche so breit, obwohl hier durchs ist? Das ist verdächtig. Mhm. Stupp. Ach, die drehen jetzt hoch. Ah, interessant. Direkt mal der Herzen und voll. Sehr gut. Schießt die jetzt auch nach rechts, ja? Das tut sie tatsächlich. Das tut sie tatsächlich knorkel. Wow. Dit war knapp. Hä, fast. Ah, gekratzt. Ja, dat wär nicht so. Duft, der Mann. Ding, ding. Wölchen. Nummer zwei. Dit sieht nach nem Kugel-Willi aus. So, so ein Kugel-Willi-Joschi. So, ich würd sagen, hier mal Stupp machen. Und leider ringestuppt. Ha, ha. Dit war doch cool, oder? Ach, du Scheiß. Wie soll ich mitmachen? Hack. Ha. Ne Blume. Ist klar. Mach so. Hier ist ja genug Munition und Masken. Kannst ja hier stundenlang machen. So, hier ist noch ne Wolke. Äh, ne Wolle. Ne, ein bisschen Geld. Und noch ein Stempel dazu. Sehr schön, aber oben scheint da nicht mehr zu sein. Deswegen lass ich das jetzt hier. Weil ich glaub, man kann doch auf keinen Ruf springen. So hoch kommt man nicht. Und auf so einen unteren kommt man hier springen. Da die nicht versetzt kommen. Funktioniert nicht. Deswegen lass ich's sein. Da wird nicht mehr sein. Äh, da ist noch ein Workshin. Muss ja sein. Da muss nicht mehr in die Plattform kommen. Genau. Sonst komm ich hier nicht weiter. Und man... So würde schon nerven. So würde schon viele. Insgesamt... Viel zu viele Kugel-Willis, Mann. Guck da, dreht sich die echt mit. Die Kanone. Das ist denn die dreiste Kackbratze. Ähm, nee, Spaß weiter. Oh, stup. Lol. Fick den getroffen. Ich steh auf der Plattform, Junge. Nochmal. Ich glaub, nochmal. Schieß mal. Lol. Ist okay, Spiel. Jo, ne Wolke oder so? Nee, wa? Hm. Moment. Braucht ich mal? Äh. Jetzt. Okay. Okay, alles cool. Äh, ja. Von mir aus. So, zack. Sollte gut gehen. Den hätt ich gern ein bisschen höher. Äh. Not even close oder so. Gibt's hier nämlich ne Wolle. Und den werd ich mal so anpinnen. Dass man ein bisschen tiefer hängt. Denn, dann kann man mal gucken, ob hier unten irgendwas rumguckt oder so. Oder vielleicht hier mal unten fließt hier ja nur ne Wolke irgendwo, ne? Das ist mal ja nicht. Sieht aber bisher nicht so aus. Oh, frische Munition hier. Gibt mal Muni. Gibt mal ein bisschen Püschel, Muni hier. Wir sind nicht im Präsidium. Viel Leistung, ist egal. Oh. Halt, halt, halt. Der Typ hier hat grad hier einen Rappel. Uah. Au, au. Hey. Das war unfair. Na toll, wieder kurz vor Ende. Spekulier ich mal. Ja, halt so. Wolken. Ist aber... Ach nö. Nö, nö. Wir haben nur Zeit. Also Zeit haben wir nicht. Wir sind schon tatsächlich wieder bei 15 Minuten ungefähr. Und das haben wir ein Bonusherzchen. Oh, süß. So hier irgendwo ne Wolke oder so. Irgendwas versteckt das wieder mal hier. Stoop einfach mal hier ans Hochfliegen. Hm, nee, ist nischt. Obwohl, eigentlich könnte ich ja vielleicht theoretisch den nehmen und noch höher fliegen. Boah. Hm, wie hoch das wohl geht. Boah. Hm. Das war ja nicht. Vielleicht brauche ich den dafür, weil da hinten geht's hoch. Finde ich verdächtig. Nehm den mal hier mit. Stoop. Ist da oben, wartet, sieht verdächtig. Äh, findet sie mega verdächtig aus. Hm. Vielleicht mit dem Kugel, Willi. Der fliegt ja auch durch alle durch, ne? Hey, ich wollte da drauf landen. Verdammt. Das hat bestimmt geklappt, denke ich. Verdammt. Scheiße. Kacke, Mann. So war das nicht geplant. Wird sein da oben, war was? Das sah verdächtig aus, finde ich. So, hier mal fest triggern und dann hier bum 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 bum. Hier war wieder ein Stempel drin. Hier sporkt noch ein bisschen extra Money. Sehr gut. Ne, lass mich mal in Ruhe. Noch mehr hier? Aber ganz ehrlich, seh jetzt nicht nur ich, oder sieht das aus, ob es da oben reingeht? Wie soll denn da rankommen? Das sieht er hier über mir. Das über dem Dunkel. Oh, das könnte man da reinlaufen. Ne? Seh doch nicht nur ich. Ne, okay. Da wird aber auch nicht transparent oder so. Das ist nur my imagination wahrscheinlich. Aus und weise mal. So, hier ist ganz gut. Hier kannst du bleiben. Warum ist das so kreisend? Wollen wir irgendwo hin? Ne, sieht gut aus. Frische Money. Danke. Ach, gleich drei Stück auf eh mal. Wow, übertreibt er. Oh, auf dem, auf dem. Warum hat hier ganz große Stammwarte? Komm hier. Mal kurz ein bisschen Wolle zu collecten. Ist hier irgendwo was interessant? Nee, wa? Wer legt denn hier schon hin? Hm. Oh, jetzt kommen die mir auch scheiße. Ich weiß nicht, ob es jetzt nach links oder nach rechts weiter geht. Das ist doch ein Problem. Hm. Das ist ein komplizierter Level, ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob da links auch nicht was gewesen ist oder so, ne? Kann man echt nie sagen. Ist schon weit hergeholt, finde ich. Aber soll jetzt ein Handy irgendwie sein, ne? Hm. Wir werden es ja sehen. Vielleicht hat er gerne den Riechchen, Riecher. Wenn nicht, ist er auch nicht so wild. Ich weiß halt nicht genau, wohin jetzt hier, ne? Würde ich ja sagen. Nein, vor Wolle. Vor Wolle. Okay, jetzt, ne? Zack, schnell, bevor die respawn. Oh, hier ist bloß Bonuszeug, ja. Blümchen Nummer vier. Wir haben bis jetzt auch augenscheinlich nichts verpasst. Das bestärkt mich so ein bisschen, meine Anna, dass da vielleicht doch nichts sein könnte. Immer noch ein Bällchen mit so. Tschüssi. Ich hau den mal ab. Achso, dafür ist natürlich das Viereck hier da. Ist ganz logisch. Wir müssen uns natürlich ein Plattformchen machen. Ist ja mal klar. Ist eigentlich voll logisch. Aber die Lordschaft hat es wieder mal nicht gegettet. Da muss ich nicht drin, okay? So, so aus. Boom. Boah. Hätte ich die jetzt hier trocken hier unten, ne? Ne Wolke? Nö. Irgendwo Bunis oder so? Ne, wa? Hier ist wieder mal ein bisschen Zeug. Was soll das hier? Warum ist der hier? Wozu? Kann man da oben rechts drin? Ich versuche den mal so in etwa anzutriggern, dann sollte ich an den Ruf kommen. Doch, ich bin ruf gekommen. Aber das zeigt mir schon, dass der Hundet hier oben ist, nicht transparent, okay. Komm, gib mir mal. Achso, ich bin voll, okay. So, wie konnte man den fixieren, genau so? So. Und dann einmal hier hoch. So, und was jetzt hier? Ich mache es mal so in der Mitte, ne? Geht es da links wohin? Ne, da oben geht es wohin, okay. Rechts hoch. Ach, guck mal, hier ist noch was. Aha. Okay. Sieht aber irgendwie nach Bonus aus, ne? Seltsam, seltsam. Ist komisch, die Welt. Aber cool, mag die. Ne, guck mal her hier. Ach, da wird nichts sein. Manchmal sehe ich das, äh, hier ist auch noch so ein Ding. Aber wofür? Ich glaube, das ist einfach nur so da drin. So als Gefahr quasi, nicht so als Sprunggelegenheit. Weil ich glaube, da kann man jemand höher mitspringen. Mag ich mich erinnern. Nee, ist kacke. Hm. Warum sieht er da so verdächtig aus? Hm. Wow, Hilfe. Wow, Double Combo. Äh. Wärst du so nett, mir einen Kugelwilli zu leihen? Wer wäre mir gerade von Hilfe hier? Müssen wir hier hochcheaten. So, ist so weit. Das sieht doch ein fremder Rückstock. Moment. Oh, wow. Gute Reaktion. Das war jetzt nicht die beste Reaktion. Das sieht verdächtig aus. Überall hier sieht es verdächtig aus. Jo. Die ganze Zeit. Oh. Überall Verdachtsmomente. Aber, äh, ich glaube, jetzt war das. Und das probierst du. Ich habe mich schon wieder treffen lassen. Oh, mir fehlt. Zwei Wolle. Aber wir haben schon alle Bluten. Hm. Ist doch nicht so geil. Oh, hier. Held mir mal Eier. Ich brauche ein paar. Ich brauche ein paar Eier in die Hose. Reicht ja. Ähm. So, Moment. Stopp. So, hier fixieren. Und dann kommen wir runter hier. So. Ich werde mal frische Muni mitnehmen. Hm. Nee, das noch nicht. Erst mal den hier fixieren. Nochmal Muni mitnehmen. Man hat eigentlich relativ lange Zeit, muss man sagen. So, hier fixieren. Ja, reicht. Nicht nochmal Muni mitnehmen. Das trinkt mir jetzt nicht mehr. Ach, guck mal hier. Vier Sonne Kanonen googeln. Ach, das sieht nicht gut aus, Leute. Ich glaube, ich habe mich gerade verpasst. Das sieht so nach Ende aus. Ich habe so das Gefühl, hier ist das Ende. Ja, das ist auch das Ende. Ja, das ist schon Wolle 5. Man sieht es. Nee, Leute. Hier fehlt mir was. Ich habe zwar alle Blumen und mir fehlt auch ein Stempel. Aber ich habe irgendwo eine Wolle übersehen. Hm. Ob ich so weit nochmal zurückkomme, dass ich die finde vielleicht? So könnte doch nicht noch was sein. Hm. Hier oben ist aber echt nichts, ne? Hier unten noch irgendwo vielleicht. Hier ist aber auch nichts mehr. Hm. Verstehe ich. Ach, guck mal hier. Lol, fies. Da ist er. Boah, ist das gemein. Das habe ich nicht gesehen. Nee. Wird nicht. Okay, das ist wieder mal ein Level, wo wir... Ach nee, mir fehlt ja aber noch ein Stempel. Ach du Kacke. Der war gar nicht hier drin. Hm. Ja, wo der eine Stempel jetzt ist, das ist natürlich jetzt hier gerade mal mit Rosenthal. Der kann überall sein, Freunde. Äh, das werde ich aber ganz einfach machen, Leute. Äh, das mache ich... ...wieder mal über die übliche Variante. Das heißt, wir werden das später sehen. Geht mal her hier. Lass mich mal durch hier. Wiss ja, wo es lang geht. Geht mir mal. Komm hier. Go, go, go. Bam. Zack. Dann geben wir mal den ja. Bam. Zack. So, reicht mir doch schon aus. Eingang auslassen. Tschüss. Muni. 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 Gezschietet und raus hier. Oh, Blümchen. Das war gar nicht geplant. Miau, Yoshi-Freunde. Der bin zufrieden. Wir haben den nächsten Yoshi freigeschaltet, aber es fehlt ein Stempelchen. Ein Schlempel-Stempelchen. Und außerdem wieder mal Herzen. Ich habe mich zum Schluss doch noch mal treffen lassen. She happens. Beim Suchen kommt vor. Kennt ihr ja. Ansonsten ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Vielleicht fehlt er doch irgendwo ins beim Bonusspiel. Ich habe... Oh, das ist das, wo man so viele kriegen kann immer. Das geht immer voll ab hier. Gling, 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 gling. Überall alle deine Sammel hier. Gut, eine Sammel. Du, 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 schwum, 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 schwum. Ich habe schon übergesst ein paar der. Ja, doch. Ich glaube schon. Das läuft schon. Das war das in der Welt 6.1. Ich bin ein Bonus-Game gekriegt haben. Jau, jau. Möchte meinen. Möchte ich meinen, liebe Freunde. So. Dann war das wieder mal, würde ich sagen, für die heutige Folge. Wir sind schon bei 25 Minuten. Das war wieder mal ein längeres Level. Unter Umständen auch, weil ich am Anfang bei dem Level da ziemlich hart gefailed habe. Werde mich jetzt gleich mal erkunden, wo das Dingeln ist. Mal kurz einen Schnitt wieder von Anfang des nächsten Parts. Ihr kennt das Problem ja. Und dann, äh, natürlich noch die Herz schon dazu. Aber erstmal kriegen wir einen neuen Yoshi. Und dann ist bestimmt der Kugelwille-Yoshi. Oder? Nee, doch, nee. Ich bin Blitz-Yoshi. Ha. Fetzig. Ich habe jetzt echt mit so einem Kugelwille-Yoshi. Gerechnet, ne? So, was haben wir da? Das sieht wieder nach irgendwas eisigem aus. Hm. Egal. Ha, 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 ha. Ich schnupse einen Blitz-Yoshi. Das sieht auch cool aus. Lavieren. Lavieren durch die Lava-Yoshi. Was ist denn lavieren? Das habe ich ja noch nie gehört. Da fehlt mir gerade ein Stück deutscher Wortschatz. Krasse Scheiße, Leute. Nee, danke vielmals für's Zuschauen. Ich werde den Parten schnell beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Tschüss, ich hoffe, und tschüss.